Wir drei, wir gehen jetzt noch runter zu Liu und der hat dort drei Kinder, drei kleine Kinder, die denken, dass sie heute nur Bernie treffen, aber da haben sie falsch gedacht. Hallo zusammen, ich habe hier drei Mädels hier sitzen, die alle sind große Bayern-Fans. Wir haben noch eine ganz, ganz große Überraschung für euch. Welche denn? Na, schauen wir mal, was ist das denn? Wow, schauen wir, wie er kommt. Hallo, 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 hallo. How are you? Ich kann Deutsch sprechen. Mathiada kann schon Deutsch, ja, sehr gut. Und nach deiner Meinung, Mathiada, wie lange sollen unsere Stars hier bleiben? Sie können so lange bleiben, wie sie wollen. Die können so lange bleiben. Das ist eine super Antwort. Meine Mutter wird von 10 Meter hoch跳t, kannst du nicht? Eine Frage an beide. Die Mutter von Emma ist Wassersprinter, Profi. Sie kann von 10 Meter hoch, dann so runter springen. Könnt ihr auch vielleicht? Eigentlich kann ich nicht. Aber so. Ist das Training eigentlich hart oder ist es eigentlich ganz leicht? Sehr, es ist schwer. Der Training ist gut, aber das Wetter ist sehr warm, ist sehr heiß. Deswegen ist die Training nicht einfach. Ist noch weitere Fragen, Mathiada? Neh. Okay. Ich habe eine. Sure. Kann sie jumpen? 10 Meter hoch? Wie alt sind die beiden? Ich bin neun. Und jetzt, wieso nicht ein kurzes Foto zusammen? Ja, klar. Komm zusammen. Ja. Oh, jetzt. Alle zusammen. Da. Und vielleicht noch sehr viel zusammen? Hier. Vielen Dank fürs Kommen, Diago und Papa. Vielen Dank. Und vielen Dank für eure Zeit. Ja, liebe Mädels. War sehr toll, euch kennenzulernen. Vielen Dank für uns auch. Kannst du Chines sprechen? Ja. Kannst du Chines sprechen? Ja. Ja? Stark. Und Englisch? Englisch nur ein bisschen. Nee, ein bisschen. Ja. Ja. Okay. Ciao. As well. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye. Okay. Ciao, ciao. Ciao.